Bei Bachelor in Paradise geht es darum, dass sich Singles finden zu Paaren. In der Vergangenheit haben wir ja schon schöne Paare hier herauskommen sehen. Wir haben ein Bachelor Baby, was hier gebracht worden ist. Insofern hier sollen sich Leute kennenlernen, die entweder schon mal beim Bachelor oder bei der Bachelorette waren und sich dann zu Paaren zusammenfinden. Ja, ich kann allen hier wirklich nur raten, genießt die Zeit hier, geht auf die Leute zu, lernt die Leute kennen, auch vielleicht die Personen, die im ersten Moment gar nicht so zu einem passen. Lernt wirklich alle kennen, verstellt euch dabei aber nicht und habt ganz, ganz viel Spaß und genießt die Zeit.